Das macht ja immer so eine Dichotomie, deswegen hat das ja Jocko auch so gerne verwendet, weil das einfach zeigt, in welchem Rahmen, wie wir es ja auch immer gerne sagen, in welchem Rahmen man sich bewegen muss. Und es muss ein Verständnis da sein, über was diesen Rahmen ausmacht. Und das ist halt eine, das ist quasi das Führungsverständnis, was man entwickeln muss. Und ich glaube, da muss man sich auch als junger Führungskraft ein bisschen vielleicht sich selbst am Anfang zurücknehmen oder seine eigenen Erwartungen etwas bremsen, weil wir es oft genug sagen, man kann nicht alles wissen. Und das ist eine Position, in die man auch hineinwachsen wird. Das heißt, man muss seine eigenen Erwartungen auf ein realistisches Niveau bringen und lernbereit sein, sozusagen. Und sich diese Dinge, diesen Rahmen, in dem man sich selber bewegen muss, den muss man sich auch erst erarbeiten und mit dem neuen Team sprechen. Man muss mit seiner eigenen Führungskraft vielleicht sprechen, das erwähnen wir ja auch oft, dass man das nicht aus den Augen verlieren darf, dass man ja in den meisten Fällen, wenn man jetzt eine neue Führungskraft ist, es ist meistens noch irgendwo jemand drüber, den man eigentlich auch um Tipps fragen könnte. Also wenn es spezielle Probleme gibt, am Anfang vor allem, wie ich in etwas hineinkomme, dann unbedingt auf die Person auch zugehen und versuchen dort Unterstützung zu bekommen, weil das ja auch so eine Haltungssache ist. Aber was wir ein paar Mal auch schon erwähnt haben, wie wichtig eigentlich diese Haltung in der ganzen Geschichte ist, dass ich muss selbst ja auch feedbackbereit sein und lernbereit sein. Und wenn ich selber zu einer anderen Führungskraft gehe, die vielleicht über mir ist, wie wird das dann wohl wirken für mein eigenes Team? Sehr gut, weil die werden nämlich sehen, ah, okay, die Person ist definitiv für Feedback offen, weil sie ja selber auch woanders hingeht. Und das wird dir dann als neue Führungskraft genauso leicht fallen zu sagen, wir machen One-on-One-Gespräche, wo ihr das Thema bringt. Ich möchte einfach nur wissen, wie es euch geht in der Arbeit. Was sind eure Issues? Lass uns dann drüber reden. Wo können wir einander helfen? Weil auch da muss man dann wieder ehrlich sagen, das Ziel ist dann doch wieder das Unternehmen und beziehungsweise das gesamte Team, dass das erfolgreich ist. Das sind aber natürlich Komponenten, aus denen sich das zusammensetzt, nämlich aus den individuellen Mitarbeitenden und wie es denen geht und wie gut die arbeiten können und wie sich die entwickeln können. Aber man darf nicht das in den Augen verlieren. Am Ende des Tages geht es trotzdem um dieses gesamte Team, das gesamte Unternehmen und wir wollen dort erfolgreich werden. Und da muss man diese ganzen Puzzlestücke halt beginnen zusammenzusetzen.